Herzlich willkommen zu unserem 360-Grad-Club-Rundgang. In den nächsten Minuten gehen wir zusammen auf Entdeckungstour durch unseren neuen Black-Label-Club an der Alten Oper in Frankfurt. Für das bestmögliche Erlebnis wähle für das Video die höchste Qualität. Danach nimmst du dir am besten kurz Zeit, um dich mit der Steuerung vertraut zu machen. Sollte dir bei unserem virtuellen Rundgang mal etwas zu schnell gehen, kannst du das Video jederzeit pausieren und dich an der entsprechenden Stelle in Ruhe weiter umschauen. Wir befinden uns jetzt im Empfangsbereich, der Ort, an dem wir unsere Mitglieder begrüßen. Unsere hochwertig eingerichtete Lounge links von der Theke lädt nicht nur zum Krafttanken ein, sondern macht auch sofort den besonders hohen Standard des Black-Label-Clubs sichtbar. Rechts von der Theke bieten wir dir Organic Food als ideale Ergänzung zu deinem Training an. Kannst weitergehen? Oder willst du dich hier noch weiter umsehen? Du kannst den Rundgang jederzeit pausieren. Fertig? Dann auf zur Freestyle-Fläche! Wer das freie Training liebt, ist auf unserer 200 Quadratmeter großen Freestyle-Fläche inklusive TRX-Angebot, Olympic-Weltlifting-Plattform und unserer Sprintbahn aus Kunstrasen als absolutes Highlight genau richtig. Trainiere eigenständig in der Gruppe oder mit einem unserer Trainer und stärke deine funktionelle Kraft und deine muskuläre Ausdauer. Hier wirst du mit Sicherheit viele Kalorien verbrennen und deine Muskeln trainieren. Die verschiedenen Challenges in der Gruppe sorgen dabei für zusätzliche Motivation und Spaß. Bereit für die nächste Station? Hier im ersten Untergeschoss findest du den Cardio-Kraftgeräte- sowie Freihantel-Bereich. Zudem erhältst du hier schon mal einen Vorgeschmack auf unsere deutschlandweit erste Fitness-First-Boulder-Wand. Doch dazu später mehr. Im großzügigen Cardio-Bereich trainierst du auf hochmodernen Geräten für deine nächste Herausforderung im Ausdauerbereich oder einfach nur für die Strandfigur. Der nächste Sommer kommt bestimmt. Und auf den integrierten TV-Screens verpasst du auch beim Training keine deiner Lieblings-TV-Sendungen. Hier findest du auch unseren TrainerPoint. Neben Fragen zu deinem alltäglichen Training analysieren wir hier deine biologische Leistungsfähigkeit. Fitness ist mehr als nur Training. Deshalb betrachten wir dich individuell und ganzheitlich bezogen auf die Säulen Gesundheit, Bewegung und Lebensstil. Wir nennen das Fitness-Check. Kann es weitergehen? Dann los! Hier im Gerätebereich findest du eine große Auswahl an Kraftgeräten. Damit du auch hier optimal trainieren kannst, passen wir deinen Trainingsplan individuell an deine Bedürfnisse an. So kannst du dein Fitnesstraining ganz einfach in deinen Alltag integrieren. In diesem Teil des Clubs findest du einen ganz besonderen Service von uns. Damit auch Eltern entspannt trainieren können, bieten wir eine flexible Kinderbetreuung für Kinder und Babys ab 8 Wochen mit variablen Öffnungszeiten an. Links an der Kinderbetreuung vorbei begeben wir uns jetzt in den Freeweights-Bereich. Hier findest du eine riesige Auswahl an freien Gewichten. Fordere dich heraus, setz dir neue Ziele und erreiche sie. Bereit für die nächste Etage? Los geht's! Hier im zweiten Untergeschoss geht es hoch hinaus. Entdecke die deutschlandweit erste Boulderwand von Fitness First. Beim Klettern trainierst du nicht nur deine Körperspannung und deine Beweglichkeit, sondern vor allem auch deine Konzentration und deine mentale Stärke. Lass uns jetzt doch mal einen Blick in die Kursräume werfen, dem Ort für unser vielfältiges Kursangebot. Unser Spektrum reicht von Pilates, Überkräftigungs- und Entspannungs- bis hin zur Ausdauer, Bauchmuskel- und Rückentraining. Unser Multifunktionsraum bietet zudem genug Platz für die neuesten und innovativsten Kursformate. Lass dich von der Auswahl inspirieren und sieh dir unsere Kurspläne an. Auch im nächsten Kursraum bieten wir dir eine Vielzahl an Angeboten, wie zum Beispiel den Toning-Kurs 6D Sliding, bei dem du alle Bereiche deines Körpers gleichermaßen herausforderst. Kann es weitergehen? Dann los! Dass unsere Black-Label-Clubs durch einen besonders hohen Standard geprägt sind, erkennst du auch sofort, wenn du in unsere hochwertigen Umkleidekabinen kommst. Doch auch von hier aus gibt es noch mehr zu entdecken. Hast du Lust, mehr über unseren Pool und den Wellnessbereich zu erfahren? Dann los! In unserem 25-Meter-Pool hast du genügend Platz, um deine Bahnen zu ziehen oder an Kursformaten wie Aquaflex, Aquafit oder Aqua Express teilzunehmen. Jetzt wird entspannt. Nach einem anstrengenden Workout kannst du in unserer großzügigen Wellnesslandschaft neue Kraft tanken. Neben einer Sauna inklusive gesonderter Damensauna findest du hier auch ein Dampfbad und ein Solarium. Wer abschließend dann noch etwas Ruhe nach dem erfolgreichen Workout sucht, kann seine verdiente Auszeit im Ruheraum entspannt genießen. Jetzt sind wir am Ende unserer Tour angelangt. Hoffentlich hat dir unser Club gefallen und wir können dich schon bald persönlich bei uns an der Alten Oper in Frankfurt begrüßen. Bis dahin! Ben, da's ein Lamer. Ben, da's gut Danke. Untertitelung des ZDF, 2020